Hi Mädels, wir sind in Shanghai bei einem Kaufstättenhof, das ist Israel, das ist Oranit, Jill hält die Kamera. Hi. Hallo. Now you can say hi. Wir haben unsere Wäsche gerade auf sehr kreative Art und Weise aufgehängt. Man sieht die Konstruktion hier über der Tür. Den Tisch haben wir umgestellt, um unsere Unterwäsche da aufzuhängen. Nicht zu vergessen, die Sachen, die draußen und über dem Abgrund hängen und die Sachen, die wir hier aufgehängt haben. Ich hoffe, es geht euch allen gut, Shanghai ist klasse und wir sehen uns, bis dann, ciao.